Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Passagiere sollten auch nicht in diesem Teil des Schiffs sein. Haben Sie wirklich die Prometheus gefunden? Wir haben ein Signal empfangen. Koordinaten. Es ist noch nicht eindeutig, aber Sie könnten von der Prometheus stammen. Glauben Sie, dass die Passagiere noch am Leben sind? Sind es vier Monate, unwahrscheinlich. Aber bei strenger Rationierung könnten Sie es geschafft haben. Oder zumindest ein paar. Warum interessieren Sie sich so für die Prometheus? Ich hatte nur bemerkt, dass wir gewendet haben. Ich will nur wissen, wann wir wieder auf Kurs gehen. Ich werde die Lage in einer Stunde im Speisesaal zur Sprache bringen. Dann werden sicher alle Ihre Fragen beantwortet. Ich lasse mal. Ich lasse mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020